In der 1. Juli-Sitzungswoche 2023 hat der Landtag drei Landesgesetzentwürfe genehmigt. Zwei davon waren von der Landesregierung vorgelegt worden. Der erste befasst sich mit der koordinierten Führung auf Landesebene der Städten und Elemente, die Gegenstand von UNESCO-Anerkennungen sind. Er regelt nicht nur bereits anerkanntes, natürliches, kulturelles und immaterielles Erbe und andere UNESCO-Anerkennungen in Südtirol, sondern auch eventuelle neue Bewerbungsprojekte, um die Weitergabe genannter Städten und Elemente an die zukünftigen Generationen zu gewährleisten. Beim zweiten handelt es sich um das neue Landesgesetz für Kulturgüter, das zeitgemäße Bestimmungen zum Umgang mit den beweglichen und unbeweglichen materiellen Kulturgütern, dem Kulturgütererhalt, der Denkmalpflege und dem Denkmalschutz vorsieht. Dritter verabschiedeter Landesgesetzentwurf war jener zur Ordnung der Skigebiete, Dank der neuen Regelungen soll die Sicherheit in Skigebieten sowie auf Langlaufläupen und Rodelbahnen erhöht werden. Angenommen wurde ebenso ein Beschlussantrag von Liga Salvini-Altoadige Südtirol, der ein Maßnahmenpaket gegen die Jugendgewalt vorschlägt. Doch auch zu drei Anträgen der Opposition gab es ein Jahr. Jener von Enzian befasst sich mit Seilbahnen als alternative Verkehrslösungen zu überlasteten Straßen und sieht unter anderem die Prüfung mehrerer diesbezüglicher Projekte vor, etwa eine Seilbahnverbindung zwischen Bozenzentrum und Eppern, Kaltern sowie Tramin. Ein weiterer angenommener Antrag stammt von den Freiheitlichen und betrifft die Bahntrasse Meran-Bozen und fordert die Erstellung einer erweiterten Machbarkeitsstudie und Kostenerhebung zum zweispurigen Ausbau der Bahnstrecke. Im dritten angenommenen Beschlussantrag, er kam von Fratelli d'Italia, geht es schließlich um die Förderung lokaler Lebensmittelerzeugnisse durch Sensibilisierungsmaßnahmen für regionales Fleisch. Ein weiteres Ziel ist, auf die Risiken von Nahrungsmitteln aus dem Labor aufmerksam zu machen. Vorerst ausgesetzt wurde indes ein Beschlussantrag des Team K, mit dem die Unterschutzstellung der Langkofel-Gruppe und der Kofinböden gefordert wird. Nachdem erst kürzlich eine Arbeitsgruppe auf Gemeindeebene zum Thema eingerichtet worden war, erklärt er sich der Ersteinbringer bereit, seinen Antrag bis September auszusetzen, um zu sehen, wie die Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe voranschreiten wird. Genehmigt wurde im Laufe der Sitzungssession dagegen der Haushaltsvoranschlag des Landtages für die Finanzjahre 2024, 2025 und 2026, der entsprechende Kennzahlenplan und das einheitliche Planungsdokument. Zudem wurde Judith Savoy auf Vorschlag der Landtagsfraktion Fratelli d'Italia in geheimer Abstimmung zum neuen Ersatzmitglied der Bezirkswahlkommission unter Kommission Schlanders gewählt. Von regen Diskussionen begleitet war die Kenntnisnahme des Abschlussberichts des Sonderausschusses zu Löhnen und Renten der Landtagsabgeordneten. Überraschung des Pläts Untertitelung des Sonderausschusses